Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um zwei Uhren-Events, auf denen ich eingeladen war. Und zwar einer von Arlange und Söhne und einer von Norcane Watches. Die waren am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Das heißt, ich musste meine Zeit aufteilen, habe das verkehrstechnisch am besten gelöst, indem ich zuerst zu Arlange und Söhne gegangen bin und dann auf dem Rückweg nach Hause bei Norcane vorbeigeschaut habe. Das hat gut funktioniert, Gott sei Dank. Was nicht so gut funktioniert hat, war meine Uhren-Auswahl für den Event. Arlange und Söhne hat auf dem Event seine neue Lange 1 oder sein Sondermodell oder seine Sondermodelle für das 30e Jubiläum der Lange 1, der Lange 1, vorgestellt. Und das heißt, ich habe mir natürlich gedacht, welche Uhr kann ich dann aus meiner Sammlung zu diesem Anlass anziehen? Und da habe ich natürlich gedacht, die Lange 1 ist ja diese asymmetrische, kleine Sekunde Panoramadatum und Gangreserveanzeige und natürlich noch die normale Stunden- und Minutenanzeige auf der linken Seite. Und da habe ich gedacht, ja super, da trage ich doch einfach meine Glashütte Original-Pano-Reserve. Super, denn die hat genau die gleichen Anzeigen, leicht unterschiedlich angeordnet, nicht nach der goldenen Ratio, the golden ratio, wie Arlange und Söhne. Das heißt also, ist das Magic oder Golden? Magic Ratio? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall ist das diese Anordnung, die besonders ansprechend sein soll auf das Auge und auf unser ästhetisches Empfinden. Das hat meine Uhr nicht, ist aber auch ein Rosé Gold und hat ein silbernes Ziffernblatt und sieht wirklich aus wie eine kleine Lange. Und ich finde sogar, dass das Panoramadatum bei Glashütte Original sogar ein kleines bisschen besser gelöst worden ist, weil beide Scheiben auf der gleichen Ebene sind. Aber sei es drum, meine Uhr hat mir unmissverständlich mitgeteilt, dass sie nicht mit auf diesen Event wollte. Ja, und zwar, indem sie mir dann beim Anlegen hingefallen ist. Das ist, ich weiß noch nicht, in meinem Leben sind mir, glaube ich, zweimal habe ich vielleicht eine Uhr fallen lassen. Und das waren wahrscheinlich dann irgendwelche Swatch-Uhren oder sonst irgendwas, was nicht sonderlich wertvoll war. Die Uhr, die mir dann halt so von so etwas über einem Meter auf dem Fliesenboden gefallen ist, das tat weh. Es machte einen fiesen Knall und es ist auch ein Teil davon abgesprungen. Und da habe ich gedacht, oje, das war nun wirklich nicht so toll. Aber Glück hatte ich dann doch auch ein klein bisschen in diesem großen Pech. Und zwar ist dann nur die Lunette abgesprungen. Und die ist nicht Teil des Gehäuses. Das heißt, die ist irgendwie, ich weiß nicht, wie sie befestigt war. Entweder durch Friktion oder durch, also einfach nur drauf gesteckt oder mit Kleber. Und ich habe da so ein paar Überreste gesehen, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, Kaltlöten, ich weiß, keine Ahnung oder so, irgendwie wie man das nennt, Kaltschweißnaht. Keine Ahnung, wie das ist, aber auf jeden Fall, es ist, glaube ich, eine Art Kleber da drin gewesen. Und Gott sei Dank kann man das natürlich mit Metallkleber wieder genau so an die Uhr anbringen, dass das auch wieder so bleibt. Ansonsten keine Kratzer, die Uhr tut es. Sie hat einen weiteren Tag mit Datumswechsel wunderbar überlebt. Das heißt, ich hatte noch mal Glück. Und Entschuldigung, liebe Glashütte Original Uhr, dass ich dich mitnehmen wollte auf ein Arlang und Söhne Event, wo du dich wahrscheinlich inädäquat gefühlt hättest. Deswegen, ja, musste ich dann meine Blancpont mitnehmen. Ach, sei es drum. Auf jeden Fall, der Event war wunderbar. Wir hatten, das war im Dubai International Financial Center im Waldorf Astoria oder in einem Bürogebäude direkt neben dem Waldorf Astoria Hotel, wunderschönes Restaurant, was man komplett oder Event-Location, die man komplett angemietet hatte bei Arlang und Söhne. Und das war wirklich toll mit Live-Musik, Violinistinnen, Uhrmacher waren dort. Natürlich konnte man all die ganzen Uhren anschauen, dann nach dem offiziellen Launch auch anprobieren. Das war wirklich super. Man hatte extrem viele Damen und Herren von Arlang und Söhne dort, die auch wirklich sehr viel technisches Wissen weitergeben konnten und natürlich alle anderen Details wussten über die Uhren. Dann gab es noch Zigarren, die Zigarren-Lounge draußen. War ein bisschen heiß, aber es funktionierte. Und wir hatten da eine wirklich gute Zeit gehabt. in diesem Event. Allerdings, ja, was muss ich da sagen zu den Uhren? Die einzige kleine Enttäuschung, die will ich jetzt mal vorweg geben, das Negative vorweg, und dann spreche ich mir über das Positive. Die Uhr ist ja eine, ja, die feiert das 30-jährige Jubiläum der Lange Eins, die dann 1994 auf den Markt kam. Das erste, die erste lange Uhr quasi, die dort wieder unter dem Namen Innenglashütte gebaut wurde nach der Wiedervereinigung. Das ist sehr schön, aber man hat das Uhrwerk jetzt nicht nochmal weiter vorwärtsgebracht, sondern hat sich, ja, das bestehende Uhrwerk genommen und einfach dort eingebaut, das Lange 12101, glaube ich. Und daran ist nichts falsch. Das ist ein wunderbares Uhrwerk, 72 Stunden Gangreserve, 21.600 Halbschwingungen pro Sekunde, 368 Teile. Das ist also ein sehr kompliziertes Uhrwerk. Und natürlich Handaufzug. Großes Panoranadatum, Gangreserveanzeige auf dem Display mit dem schönen Deutschen auf und ab und dem Doppelfederhaus auf dem Ziffernblatt aufgedruckt. Und zwar in beiden Varianten. Es kommen zu diesem, also jetzt bin ich schon beim Positiven wieder. Also ich habe gesagt, okay, das Uhrwerk war jetzt nicht, hätte ich vielleicht gedacht, hätte man was Spezielles machen können, besonders weil das eine limitierte Edition ist. Aber auch okay, jetzt zum Positiven. Wir haben zwei Varianten im Farbdesign quasi. Wir haben eine pink-goldene Version mit dem blauen Ziffernblatt und wir haben eine Platin-Variante mit dem schwarzen Ziffernblatt. Und das ist ganz neu bei Lange. Das hatten wir vorher noch nie. Ein Onyx-Stein-Ziffernblatt. Das gab es bisher noch nicht bei Lange. Und das ist wirklich wunderschön. Das Schwarz ist so tief, so reflektiv. Es ist wirklich, es ist unglaublich schön, wie sich da das Licht drauf spiegelt und wie schön und satt schwarz. Das ist aber doch unglaublich schön glänzend auch. Also es ist wirklich toll, wie das Ganze zusammenspielt mit den Indizes und den Zeigern. Wunderschön. Und auch zum ersten Mal hat man die Datumsscheibe in Schwarz gemacht. Das gab es bisher beim Panoramadatum auch noch nicht. Die waren immer weiß anscheinend. Bis jetzt. Jetzt hat man beim Datograf UpDown und bei der Lange 1 in Onyx, in der Platin-Variante mit dem Onyx-Dial hat man es also geschafft, das auch in Schwarz zu machen. Das ist also ziemlich cool. Sieht auch sehr, sehr schick aus, muss man sagen. Die andere Variante, wie gesagt, das ist Pink. Pink ist Gold. Man sagt nicht, dass das ist Honey Gold, ist das Honig Gold, was ja sonst auch etwas Besonderes ist, die besondere Legierung bei Lange und Söhne. Das hat man in Rosé-Gold gemacht oder Pink Gold, wie das bei Lange heißt. Die Uhren kommen in zwei verschiedenen Varianten. Das heißt also die Pink-Goldene mit dem blauen Blatt und die Onyx-Platin-Variante, die gibt es in groß, also normal, sagen wir in regulärer Größe. Das ist 38,6, ich lasse mich jetzt nicht lügen. Ja, 38,6 Millimeter, glaube ich, groß. Ich muss nochmal nachschauen, ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Und die andere Variante ist die Little Lange, die kleine Lange. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm, dass man sie so nennt, die kleine Lange. Und die kommt einer Größe von, ah nee, sorry, 38,5, die normale Lange 1 und die kleine Lange 1 kommt in 36,8. Das heißt, man hatte 1,2 Millimeter, nee, Quatsch, was sage ich da? 1,6, 1,6 Millimeter Unterschied. Relativ wenig. Ich habe die kleine Variante angezogen und anprobiert und muss sagen, es ist mir sehr, sehr, es hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die kleine Variante tragen könnte. Aber an meinem Handgelenk sah gut aus, die Platin-Variante hatte ich an, die schwarze. Vielleicht lag es auch an der Farbe. Aber ich bin ja normalerweise ein Freund von blauen Ziffernblättern. Aber hier die schwarze, wunderschön. Ich habe ja derzeit fast keine blauen Ziffernblätter in meiner Sammlung, komischerweise. Ich hatte mal, fast meine komplette Sammlung waren blaue Ziffernblätter. Jetzt hat sich das geändert. Jetzt habe ich sehr viel Schwarz und Weiß drin und Silber. Komisch allerdings. Allerdings, wie gesagt, die ist toll. Also die wirklich ist eine Traumuhr, die Lange 1 und die kleine Lange 1. in Platin oder in Pinkgold. Ich beschwere mich da nicht. Bei uns in der Region natürlich ist Platin ein bisschen beliebter. Denn wir haben viele Leute, die aufgrund ihres Glaubens hier kein Gold tragen. Und deswegen haben wir da Platin geht. Gold geht nicht. Weißgold geht manchmal, aber nicht wirklich so gerne. Das heißt also, hier ist Stahl deswegen halt sehr, sehr viel beliebter. Und wie gesagt, Platin geht meistens auch. Ja, die Uhren haben drei Bar, also 30 Meter Wasserdichte und sind 10 Millimeter dick. Beide Varianten, die große und die kleine. Die gibt es dann halt bei, die Platin-Variante ist limitiert auf 300 Stück. Jeweils für die normale Größe und die kleine Größe. Und bei der Pinkgold haben wir nur 150 Stück, in Anführungszeichen, für... Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, was habe ich denn da gesagt? Das ist falsch. Die große Variante gibt es in 300 Varianten. In 300? Oh, ich muss mich sortieren. Entschuldigung, dass ich so konfus bin in der Zeit. Die große Variante gibt es in 300 Stück jeweils. Die kleine Variante in 150 Stück jeweils. Also die kleine Lange 1, 150 in Platin und in Pinkgold. Die große, normale 300 Stück in Platin und in Pinkgold. Wie gesagt, das ist das Jubiläum zum 30-jährigen Jubiläum der Lange 1. Das Sondermodell. Wunderschön. Ja, und dann habe ich mich natürlich in einer Windeseile von dem Herrn Lange verabschiedet. Und bin dann zum Herrn Norkane gefahren. Ja, der Event bei Norkane, komplett anders, komplett andere Ausrichtung und natürlich auch nicht, keine Violonistin, die dort halt gespielt hat und das Gediegene, das Elegante, das sehr in Weiß gehaltene, das einfach sehr luxuriöse Ambiente, das man hatte. Nein, das gab es bei Norkane nicht. Wir waren im Warehouse, das heißt ein Lagerhaus, das ist ein Lagerhauscafé in einem Lagerhaus, in einer Lagerhausgegend in der Ortschaft Al-Kus in Dubai und dort war der Event. Das war wirklich cool, sehr funky Location, super der Marke entsprechend. Das war wirklich cool gemacht. Sehr, sehr viele Uhren zur Auswahl und natürlich der Star der Show war das Wild One of One. Ich habe da auch ein Interview mit dem Tobias Küffer in Deutsch. Ich hatte ihn ja schon auf der Dubai Watch Week mit meinem Kollegen Martin auf Englisch interviewt. Das kann man sehen, das war damals, das kann man hören. Das ist auch hier auf dem Kanal in 2023 hat man das Interview gemacht, also vor einem Jahr auf der Dubai Watch Week, kann man sich anhören, da hört man den Unterschied von genau einem Jahr. Das ist wirklich genau ein Jahr her. Und ja, das ist das Wild One of One und darum ging es dieses Mal bei diesem Event. Das ist eine Möglichkeit, die hat man auf der Webseite von Norkane. Übrigens, Norkane, das Logo, das aussieht wie so ein Berg und halt zwei invertierte Ends sind, wie das Norkane am Anfang, Norkane am Ende, ist ein richtig cooles Logo. Ich finde, das sieht so ein bisschen, ja, das hat Dampf. Das sieht ein bisschen aggressiv, maskulin aus. Es ist cool. Ich finde das einfach ein schönes Logo, wollte ich nochmal gesagt haben. Das hatte mir meine Frau auch gesagt, das Logo ist richtig cool, das mag ich gerne. Auf jeden Fall, Wild One. Warum ist die Wild One of One so cool? Die Wild One ist eine sehr erfolgreiche Modellreihe bei Norkane, die ich auch persönlich super cool finde. Da gibt es ein paar, die ich wirklich gerne, ja, wahrscheinlich auch mal haben möchte. Aber jetzt geht es hier um diesen Konfigurator, um zwar eine eigene, komplett customized Version seines eigenen, seiner eigenen Uhr sich auszusuchen. Man geht durch verschiedene Schritte, die insgesamt 300, nee, 3,5 Millionen verschiedene Kombinationen zulassen. Das heißt, wenn man dort seine Uhr konfiguriert, so wie man sie haben möchte, kann man es hinbekommen, dass niemand anders diese Uhr so hat. Wenn man sie denn richtig konfiguriert, man muss die schon cool konfigurieren. Also, und es gibt verdammt viele interessante Möglichkeiten. Der erste Schritt, und das ist interessant, also die Uhr kostet so um die 18.000 Euro, glaube ich. Und jetzt sagt er euch, ach, 18.000 Euro, aber Moment mal, was ist denn da los? Norkane ist doch normalerweise so im Bereich Tudor, vielleicht Breitling, sowas in der Richtung. Also, Schweizer Präzisionsuhren, ja, das ist auch hier der Fall, allerdings halt auch alles in Gold. Wir können hier nur, und das ist ein Grund, den der Tobias uns in dem Interview auch dann erklärt, warum er oder Norkane sich dazu entschieden hat, diese Uhr nur in Gold anzubieten. Und es ist einfach, und ich werde es jetzt nicht vorwegnehmen, er soll es euch beantworten. Ich gebe die Antwort nicht, nein, 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 das soll er sagen. Also, auf jeden Fall kann man sich im ersten Schritt, sucht man sich das Uhrwerk aus. Man kann auswählen zwischen absolut alle Uhren, Chronometer zertifiziert. Wir haben alle das Schweizer Zertifikat, dass sie ein Chronometer sind. Das heißt, das ist schon mal cool. Entweder von Kinesi mit 70-Stunden-Gangreserve, dann allerdings mit einem geschlossenen Ziffernblatt. Oder, und ich rede vom Ziffernblatt, das war kein Versehen, nicht der Gehäuserücken, der ist auf jeden Fall immer offen. Hier, das ist das Ziffernblatt. Das von Tudor und Kinesi hergestellte Uhrwerk, das für Norkane hergestellt wird, mit dem speziellen Norkane-Rotor und mit ein paar kleinen anderen Sachen, die für Norkane halt exklusiv sind, dieses Uhrwerk ist nicht in einer skelettierten Version verfügbar. Das heißt, das gibt es nur mit einem geschlossenen Ziffernblatt. Wenn man dann allerdings das Selita SW200-1 in der SC-Variante auswählt, dann bekommt man ein skelettiertes Uhrwerk und auch ein skelettiertes Ziffernblatt, das man sich dann auswählen kann. Das heißt, man kann da schon einiges vom Uhrwerk sehen durch das Ziffernblatt durch. Da gibt es zwei Varianten. Entweder das geschwärzte Uhrwerk, das heißt, dann hat man all die ganzen Brücken und sonstige Sachen, die dann zu sehen sind, in schwarz oder halt in Stahl, also in Silber. Und das kann man sich dann halt auswählen. Also, diese drei Uhrwerke sind zur Auswahl. Dann wählt man sich aus, was das Gehäuse, der Gehäuse, wie heißt das? Ja, das große Gehäuse quasi, der Gehäuse. Ich sage mal einfach das Gehäuse. So, fertig, das Gehäuse. Wie es denn aussieht, in Rotgold oder in Weißgold? Dann sucht man den Kautschuk-Stoßdämpfer aus, das Ziffernblatt, die Zeiger, die untere Gehäuseplatte, den Gehäuseboden. Denn da kann man, und das ist das Coole, man kann den Gehäuseboden natürlich in verschiedenen Farben auswählen. Und dann kann man, das ist besonders cool, den Gehäuseboden auch noch bedrucken. Das heißt, man kann also da das Saphirglas auf der Rückseite bedrucken mit entweder einer Grafik und Text, Grafik und Text, nur einer Grafik und was weiß ich, was weiß. Man kann sich da also frei bewegen, ein Bild von verschiedenen Sachen, die man gerne mag, da drauf drucken oder vielleicht sogar ein Bild der Hochzeit. Wer weiß, was man alles darauf machen möchte oder kann. Tobias hat da auch ein paar Sachen, die sich die Kunden schon ausgedacht haben. Kommt dann im Interview, hört es euch an in ein paar Minuten. Also sehr, sehr schöne Sachen, die sich da schon Kunden ausgedacht haben. Oder halt einfach eine besondere Message, die man drauf macht, mit seinem eigenen Namen, was auch immer. Ein besonderes Datum, an das man sich erinnern möchte. Dann kann man auf dem Gehäuseboden, nicht dem Boden, sondern diesem Gehäuse, diesem Container, glaube ich, wie er das heißt, oder was da drumherum ist, um diesen Gehäuseboden, da kann man auch noch etwas eingravieren lassen. Und dann hat man noch die Möglichkeit, diese Plakette, die auf der Seite der Uhr ist, an 9 Uhr, die bei verschiedenen Norcane-Uhren ja da ist, die kann man sich erstmal aussuchen, in welchem Material man die haben möchte. Also ob die auch in den Nortec ist, das ist so diese spezielle Carbon-Mischung, die jetzt auch wieder speziell für Norcane hergestellt worden ist. Oder ob man die auch in Rosé-Gold oder Weißgold haben möchte. Und das kann man auch noch mal gravieren lassen mit einer bestimmten Buchstabenfolge. Also entweder einem Namen, entweder steht er in Norcane, oder man sagt halt selber, was man da gerne draufhaben möchte. Das heißt, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das zu personalisieren. Ja, und das ist wirklich cool. Dann natürlich das Band selber, das Gummiband, das kann man in zwölf verschiedenen Farben sich aussuchen. Und dann geht es weiter mit der Schließe, die dann auch wieder auf verschiedenen Materialien möglich ist. Da kann man also auch wieder, glaube ich, Nortec als Material aussuchen. Oder halt Weißgold und Rotgold. Sorry, ja, doch Rotgold. Rotgold. Rotgold bei Norcane heißt es Rotgold. Woanders heißt es Pink oder Rosé-Gold. Nicht so bei Norcane. Da ist es so Rotgold. Ja, wenn man dann fertig ist mit seiner Auswahl, kann man sagen, okay, los geht's. Norcane, produziert bitte meine Uhr oder baut sie mir so zusammen und bedruckt mir meine Rückseite, graviert meine Sachen ein und so weiter und so weiter. Das dauert zwei bis drei Monate. Das ist also derzeit. Das heißt, man hat da so einen Vorlauf von dieser gewissen Zeit. Anscheinend ist das Business mit der Wild 101, auch da sage ich jetzt wieder nichts zu. Hört euch an, was Tobias dazu sagt. Ich will dem nicht vorgreifen. Mensch, Ralf, immer dieses. Fürchterlich, ja. Okay, also, hört euch das Interview mit dem Tobias an. Der wird uns das alles erklären. Und dann nach zwei bis drei Monaten bekommt ihr die Uhr geliefert. Die Wild 101. Der Preis, wenn man jetzt nun ganz ehrlich ist, ist natürlich um die 18.000 Euro kein Zuckerschlecken. Das ist nicht wenig. Allerdings hat man dort eine hochpersonalisierte Uhr, die es gegeben, also höchstwahrscheinlich, nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. Für sich und natürlich auch aus hochqualitativen Materialien wie halt Gold, also Rotgold, sorry, oder Weißgold. Also in dem Sinne ist es schon etwas ziemlich, ziemlich Exklusives, was man sich da besorgen kann. Wenn man das nicht möchte, kann man natürlich von Orkain auch Uhren von der Stange kaufen. Zum Beispiel die neue Independence Skeleton, die wirklich cool aussieht. Die ist, also ich muss schon sagen, ich weiß nicht, warum ich das noch nicht so auf dem Radar hatte, aber die Independence Skeleton in Grau, also es ist so ein helleres Grau, ist nicht dieses Anthrazit, sondern das ist dieses hellere Grau mit dem grauen, also im skeletonierten Ziffernblatt und den rotgoldenen Indizes und Zeigern. Sieht super schick aus. Also ich habe die gesehen und fand es nur absolut, absolut cool. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, auch das Selita Uhrwerk drin, halt das skeletonierte, allerdings halt mit dieser silbernen Uhrwerk, das dann halt so schön aussieht. Es ist wirklich, wirklich cool anzuschauen. Chronometer zertifiziert. Selita hat, obwohl das auf dem ETA 2824-2 basiert, ein bisschen dran rumgeschraubt an dem Uhrwerk über die Jahre. Das hat also jetzt eine etwas höhere Gangreserve von nicht 38 Stunden, sondern 41 Stunden. Und ja, ich glaube auch so ein paar kleinere Fehler sind da ausgemerzt worden. Also ein wirklich gutes, super robustes Uhrwerk und natürlich chronometer zertifiziert. Also tickt sehr, sehr genau. Sieht sehr schick aus. Und was ich besonders cool finde, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es zum ersten Mal bei Norkeen mit einem Stahlband. Man kann die Uhr mit Stahlband besorgen und dann muss ich schon sagen, für, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Euro das jetzt sind. Ich weiß nicht, ich hoffe, das funktioniert, wenn ich das jetzt auf Euro umstelle hier. Ja. Okay, 4100 Euro bekommt man halt diese skeletonierte Uhr in dem Stahlgehäuse mit dem Stahlarmband. Und das hat diese polierten Mittelglieder, die dann halt nochmal so eine ganz kleine, eine kleine finissierte Linie dadurch haben, durch die Mitte. Das sieht echt schick aus. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn die Glieder unterteilt werden, aber wahrscheinlich sind sie es nicht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja, und das sieht absolut spektakulär aus. Ich finde es wirklich schick. Und da muss man sagen, das ist eine schicke Uhr. Für den Preis ist die super cool. Natürlich Norkeen, wie gesagt, eine Uhr, die man jetzt nicht zum Anzug trägt notwendigerweise. Wobei mit der, mit dem Stahlarmband, kann man sich das durchaus vorstellen. 42 Millimeter, aber nicht zu dick. Das heißt, das ist durchaus möglich. Die ist 11,8 Millimeter dick nur. Das ist also relativ gesehen ganz okay für ihre Sportlichkeit, diese Art. Aber Norkeen sind ja eher Uhren für die abenteuerlustigen Leute. Die Leute, die die Uhren am Wochenende oder am Abend tragen, die nicht in Hemd und mit Krawatte rumlaufen und mit dem Anzug, sondern eher ein bisschen legerer sind, ein bisschen lockerer drauf sind. Das heißt, das ist die jüngere Uhr. Die ist ein bisschen mehr sportlich. So aus dem Sinn, oder in diesem Sinne, denke ich, haben sie da eine gute Nische für sich gefunden. Und ich finde, das ist ein bisschen mehr definierter mit ihrer Abenteuerfokussierung quasi als andere Marken, die sagen, ja, Luft, Land und Wasser. Diese ganzen Sachen, das ist heutzutage so ein bisschen, ja, ja, komm, wer ist denn schon Pilot? Keiner ist Pilot. Das sind also nicht so viele Leute. Es gibt nicht viele Piloten. Rein von der Anzahl der Piloten und dann der Gesamtbevölkerung. Dem Anteil, sorry, nicht der Anzahl der Anteil. Sondern die sind halt sportliche Uhren. Und das ist cool. Das sind wirklich, man ist da einfach im sportlichen, lockeren Abenteuerbereich. Man sagt nicht, wir sind die Uhren für die Piloten, die Uhren für Tiefseetaucher oder was weiß ich was alles. Das sind ja alles irgendwelche Nischen. Sondern einfach für Leute, die sich, die sportlich sein wollen oder sportlich, sich sportlich kleiden. Und das sind ja mittlerweile sehr, sehr viele. Dann gibt es natürlich auch bei Norcain viele Aktivitäten, die gut sind. Die auch bei anderen großen Uhrenherstellern. Also man macht da sehr, sehr viel gemeinnützige Projekte mit verschiedenen Organisationen in verschiedenen Teilen der Welt. Und das ist also ganz nett. Also vom World Cleanup Days zu Animal Cruelty, also Tierrechten und sonstigen Sachen. Sehr, sehr interessante und gute, gemeinnützige Bewegungen dort. Ja, und was hat man sonst noch? Dann haben wir die Norcainer. Man kann ein Norcainer sein. Und ich bin jetzt auch einer. Ich meine, ich habe noch keine Norcain-Uhr, aber ich habe eine Norcain-Kaffeetasse. Joho. Und zwar eine, die ist sehr, sehr schön mit einem Karabiner als Griff, als Henkel. Supercool. Also Metall-Kaffee-Becher, den man quasi auch mitnimmt. Den kann man sich an den Rucksack klemmen mit dem Karabiner und dann halt mit in sein Abenteuer nehmen. Und das finde ich cool zum Hiken oder sonst was. Denn diese ganzen Giveaways, ich war jetzt auf so vielen verschiedenen Uhren-Events in den letzten paar Jahren. Man bekommt immer diese kleine, so eine kleine Goodie-Bag, wenn man denn dort auf so einem Event ist. Und das sind in der Regel irgendwelche Kataloge oder sonstige Kleinigkeiten und dann halt so ein paar Sachen, an die man dann halt sich, ja, mit, also mit dem, mit der Merchandise, sagen wir es mal so, mit der Marke drauf. Bei Norcain waren nur zwei, also nur, waren zwei Sachen in der Tüte und die waren sehr schön. Und zwar war das der Becher, den ich wunderbar gebrauchen kann. Ich kann immer Kaffeebecher gebrauchen und deswegen hervorragend. Auch ein sehr, sehr cooles Design, halt natürlich mit dem Karabiner dran. Richtig schick. Und eine sehr coole Baseball-Cap. Und mit den Baseball-Capys, da kann man also viel verkehrt machen. Ich muss sagen, ich habe bei Breitling mal eine sehr, sehr schicke bekommen. Aber die hier von Norcain, nicht nur hervorragende Qualität, sondern auch halt eine super Farbe mit dem Norcain-Logo drauf, nicht zu viel anderem Zeugs dabei, sondern einfach nur ein schönes Norcain-Logo vorne drauf und dann halt in einem wunderschönen grünen, Kaki-Grün für, perfekt für meine Safaris. Das heißt also, die werde ich beim nächsten Mal in Afrika tragen und dann ein paar Bilder an den Tobias schicken, damit er sich dann freuen kann, dass Norcain wieder in, wo geht es wahrscheinlich hin? Wahrscheinlich nach Zambia oder Botswana. Mal sehen. Und dort dann getragen wurde. So. Mit den ganzen Tieren. Okay. Und in diesem Sinne, ja, was gab es bei Lange? Jetzt gehen wir noch kurz zurück auf bei Lange. Bei Lange hatte ich in meiner kleinen Goodie-Bag eine Uhrenbox für eine Uhr mit einem Kissen drin und eine Uhrenbox. Das ist also eine Holzbox gewesen, allerdings beschichtet. Und die wurde dann halt dort von einem Künstler bemalt und halt dann auch mit verschiedenen Motiven, die verschiedene Teile von langen Uhren sind. Zum Beispiel einen Teil einer Brücke, einer gravierten Brücke oder halt die goldene magische Rat. Jetzt hätte ich das mir noch mal auch raussuchen können, was das heißt. Die Magic Ratio, die Anordnung der Sachen da auf dem Ziffernblatt, die von der Lange 1. Das ist dann auch darauf gemalt worden, per Hand und halt noch seine eigene Nachricht oder seinen Namen. Je nachdem, was man drauf haben möchte, konnte man sich das halt personalisieren, seine kleine Box. Auch eine nette Idee. Ist nicht so eine, ja, so eine Sache, wie so ein Katalog von Uhren, die man ja sowieso schon alle im Internet sich angeschaut hat. Ja, in dem Sinne ganz nette Mitbringsel, die dann das Haus bevölkern und dann irgendwann die bessere Hälfte in die Weißglut treiben. aber in dem Sinne deswegen der Becher hervorragend und eine Baseball-Kappi absolut super zu gebrauchen. Vielen lieben Dank, Tobias. Das war super. Vielen lieben Dank, Norcane. Das war wirklich eine gute Idee und das freut mich. Ich werde eure Marke, eure Marke in die Welt raus tragen damit. Ja, und wie gesagt, also eine sehr sympathische Marke, Norcane, für mich persönlich, weil ich einfach die Leute dahinter so toll finde. Das sind wirklich nette Leute, die sehr offen sind über die Uhrenmarke selber, wie sie entstanden ist, wie man das alles entwickelt hat in so kurzer Zeit. Sie sind sehr, wie sagt man, humble. Das heißt also, sie sind sehr, ja, sie sind einfach nette Leute, die diese Uhrenmarke betreiben. Und das ist immer schön, wenn man dann, gerade jetzt, wo man halt auch mal das Beispiel von Patek Philipp sieht, wo Leute vielleicht ein bisschen ein etwas überbewertetes Selbstwertgefühl haben, wo man das Gefühl hat, okay, bei Patek arbeitet ja nur eine Person, die macht das Design, die macht die Uhrwerke, das ist ja alles, macht der CEO total selber. Das ist bei Norcane nicht so. Da wird wirklich, ja, da ist man sehr viel, sehr viel realistischer mit allem. Und das finde ich immer sehr angenehm. Also, wenn Norcane eine Marke für euch ist, jetzt habe ich hier ein bisschen viel über die Marke schon gesagt, dass ich die so toll finde, obwohl ich selber noch keine davon habe. Wie gesagt, muss ich noch ändern, muss ich irgendwann ändern, denn ich denke, die Uhrenmarke passt zu mir. Ich muss halt noch überlegen, welche. Und jetzt gerade mit dem Stahlarmband, ich glaube, da könnte man dann durchaus mal sagen, vielleicht schlage ich da mal zu. Besonders, weil ich jetzt auch keine skelettierte Uhr, skelettierte, skeletonierte, naja, auf jeden Fall keine skeletonized Uhr in meinem Repertoire, in meiner Watchbox habe. Da könnte ich dazu schlagen. Also, in diesem Sinne, jetzt habe ich genug gebabbelt. Ihr hört euch jetzt das Interview an mit Tobias und dann, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Hallo, wir sind hier auf dem Norken-Event im Warehouse in Alkurs in Dubai und mit mir ist Tobias Küffer. Hallo. Hi Ralf. Schön, dich wiederzusehen. Ja, wir hatten uns auf der Dubai Watch Week schon getroffen und du hast gerade angefangen, mir was zu erzählen, bevor ich das Mikrofon eingeschaltet hatte. Und das war, dass die Branchenkrise euch nicht so richtig getroffen hat. Ja, nee, wir sind sehr glücklich. Natürlich spürt man das in gewissen Märkten auch. Da will ich nicht irgendwie was schönreden oder übertreiben, aber dafür haben wir andere Märkte, die das sehr schön ausgleichen. Amerika ist richtig am Boom für uns. In Asien sind wir stark am Expandieren. Und ja, das Ergebnis dieses Jahr. Aktuell stehen wir im Sellout bei plus 48 Prozent. Wow. Congratulation. Sorry, congratulations, auf Englisch wieder gesagt. Gratulation. Kurze Frage. Sellout für Leute, die das nicht wissen, das ist also, wenn... Eigentlich das Wichtigste ist das, was der Händler rausverkauft. Sellin ist, was wir den Händlern reinverkaufen und Sellout sind wirklich die Uhren, die am Handgelenk landen. Also das ist die entscheidende Statistik eigentlich. Das ist für Hersteller besonders mittlerweile sehr wichtig, damit man nicht überproduziert, nicht am Markt vorbeiproduziert und dann irgendwann die Uhren alle discounted werden. Genau. Ich meine, das ist das, was wir eigentlich die letzten Jahre ein bisschen gesehen haben. Die Exportzahlen waren fantastisch, aber es gibt ja keine öffentlichen dann eben Sellout-Zahlen. und deswegen haben wir dann dieses Jahr in verschiedenen Märkten ein bisschen Probleme gesehen, weil viele Händler hatten viel zu viele Lager, weil eben die letzten Jahre gut reinverkauft wurde, aber dass Sellout nicht ganz auf dem selben Niveau war und deswegen ist dieses Jahr jetzt auch alles ein bisschen more challenging, um auch ein bisschen Englisch reinzubringen. Ja, ja, kein Problem. Das ist ja... Ich habe ja meinen Podcast gegründet, damit ich ein bisschen mehr Deutsch spreche, weil ich das ja sonst auch kaum noch tue. Damit ich mein Deutsch nicht so einrostet, aber super, das ist okay. Das sind meine Hörer gewohnt, dass ich ab und zu einfach die Worte nicht finde und alles auf Englisch sage. Ihr habt ja diesen Event besonders die One of One, the wild one of one vorgestellt mit dem Konfigurator, der auf eurer Webseite ist. Genau. Erzähl ein bisschen davon. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr gedacht habt, oh, lass uns doch einfach Leute aus drei Millionen verschiedenen Kombinationen selber ihre Uhr zusammenbasteln? Ja, das muss man sagen, hat ein bisschen begonnen, als wir die erste Wild One-Kollektion entwickelt haben, zusammen mit Jean-Claude Biver, als wir dann das modulare Gehäusekonstrukt angeschaut haben mit den 25 Einzelteilen, die das Gehäuse ausmachen, haben wir gesagt, das wäre eigentlich potenziell mal die Uhr, wo man den Kunden wirklich Konfigurationen anbieten kann. und da haben wir dann zwei Jahre dran gearbeitet, mit Jean-Claude Biver, mit BWI, eng zusammen, auch mit den anderen Lieferanten und nach harten Diskussionen ist natürlich logistisch ein ziemlicher Challenge, haben wir das aber dann so hingekriegt, dass wir gesagt haben, okay, Watches and Wonders 2024 können wir das präsentieren und sind sehr stolz, dass wir doch als junge Marke eigentlich was ganz Neues präsentieren konnten. Es gab natürlich Konfiguratoren, aber gerade so mit über dreieinhalb Millionen möglichen Konfigurationen war es doch so ein Novum eigentlich. Ich habe damit gerade ein bisschen rumgespielt und habe festgestellt, dass ich fast ausschließlich langweilige Uhren selber ausgesucht habe, wobei ihr so viele verschiedene coole Möglichkeiten habt. Aber da gibt es auch noch dann, ihr kannt ja diese Plakette an der Seite, kann man auch beschriften, man kann die Rückseite des Saphirglases. Genau, also die Plakette kann man ja eigentlich auf jeder Norkey nur beschriften. Das haben wir seit Tag 1. Jetzt bei der Wild One of One kann ich dir gleich auch, ist zwar für die Hörer nicht spannend, aber kann ich dir gleich zeigen Beispiele. Ich habe Kunden, die haben ein Familienfoto hinten auf dem Caseback gedruckt und das ist wirklich Fotoqualität. Ich habe einen anderen Kunden, gerade gestern, nee, gestern, vorgestern ist die aus der Produktion gekommen, der hat einen Oldtimer, seinen Oldtimer hinten aufgedruckt. Also sieht man dann die verschiedenen Prioritäten auch. Wenn das Uhrensammeln nicht die einzige Leidenschaft ist, die man hat, sondern Oldtimer. Ja, wunderbar, das ist toll. Ja, dann darf ich fragen, wie erfolgreich die Uhr ist, jetzt seit den ersten paar Jahren? Ja, das kommt. Also wir sind sehr happy, wir sind über dem, was wir budgetiert hatten für das erste Jahr. Wir haben gesagt, natürlich sind wir auch ein bisschen limitiert, wie viele Stück wir produzieren können pro Jahr, weil wenn man jetzt tausend Einzelstücke zusammenstellen will, ist ein bisschen schwierig bei unserer Größe noch. Deswegen haben wir uns eigentlich auch so gefiltert, dass es nur in Gold erhältlich ist, wenn wir das, die Frage kriegen wir immer wieder, kommt das auch mit Nordtech? und das macht einfach nicht Sinn, da würden wir uns logistisch kaputt machen, weil sonst zu viele Bestellungen kommen. Aber jetzt mit dem Gold sind wir eigentlich langsam ziemlich nah an der Limite dran, was wir gesagt haben, können wir pro Jahr produzieren und dank des Erfolgs werden wir jetzt das auch nächstes Jahr ein bisschen aufstocken noch. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich noch weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns spätestens in Swatches and Wonders 25. Ja, wenn ich komme, ansonsten Dubai Watch Week. Ist ja eine neue Location jetzt, oder? Ja, ist es und ich hoffe, sie wird gut. Sie hat einen hohen Standard zu erreichen. Aber die Siddiqui-Familie macht ja alles auf höchstem Niveau, also bin ich sicher, es wird auch bombastisch. Ja, das denke ich auch. Wird auf jeden Fall ein Fest. Absolut. Vielen lieben Dank. Danke, Rolf. 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 Vielen Dank.